Dieses Video wird gesponsert vom EA Creator Network. Natürlich mal wieder vielen Dank für die Zusammenarbeit. So, bevor das Video losgeht, noch ein kleines Gewinnspiel für euch. Heute kann wieder einer oder eine von euch 6700 Apex Coins gewinnen. Alles was ihr dafür tun müsst, ist einfach nur auf den ersten Link in der Videobeschreibung zu klicken. Der führt auf unseren Discord und dort im Hashtag Gewinnspiel Channel findet ihr alles was ihr zum Gewinnspiel wissen müsst. Es ist auf jeden Fall ganz wichtig zu beachten die Teilnahmebedingungen im Gewinnspiel Channel ausführlich durchzulesen. Denn dort wird nämlich alles erklärt. Solltet ihr den Gewinnspiel Channel noch nicht betreten können bzw. noch nicht mit dem Gewinnspiel interagieren können. Dann kann es sein, dass ihr vorher eure E-Mail Adresse oder so verifizieren müsst. Da müsst ihr die notwendigen Schritte machen. Das wird aber auch alles schön fein säuberlich erklärt. Also ihr braucht euch da gar keine Gedanken machen. Es ist kinderleicht. Und ja, die Leute die auf dem Discord eh schon drauf sind, die wissen sowieso Bescheid. Das Gewinnspiel geht nur bis zum 25. März um 14 Uhr. Was heißt also schnell sein lohnt sich. Ihr habt jetzt zwei Tage Zeit bei dem Gewinnspiel auf dem Discord mitzumachen. Und ja, euch vielleicht die 6700 Apex Coins zu snacken. Solltet ihr gewinnen, dann wird im Support-Bereich des Discords ein extra Channel für euch aufgemacht. Und dort könnt ihr euren Gewinn dann abholen. Ich wünsche allen viel Glück und jetzt viel Spaß mit dem Video. Jo Leute, was geht ab und willkommen zu einem weiteren Apex Legends Video. Und heute dabei ist wieder ein neuer YouTuber. Und zwar Mulzi. Legen wir los. Let's go. Ja, rein in Terraformer, oder würde ich sagen hier. Ja, let's go. Ganz entspannt. Ich weiß noch nicht, ob oben hier schneller ist oder da schneller ist. Aber irgendwie gefühlt da. Wird sich zeigen. Halt ich hier mit rein. Nicht hier oben, hier rein. Ah, okay. Da landet was. Wann landet da nix? Brauchst du Hilfe? Ah ne, du bist bei mir, okay. Achtung, hier ist jemand in der Mitte, 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 Mitte. Oh. Rippt sich, scrapped. Nice. Aber nicht mit der Waffe. Oh, sheesh. Hier ist er noch mehr. Lol. Er ist einfach in der Tür festgesteckt. Ich hab ihn trotzdem nicht bekommen. Junge, hier ist was los. Ja, natürlich. Terraformer. Da musst du richtig abgehen. Hier unten? Ja, ganz ruhig. Ganz ruhig. Ich hab nur ne Triple Take. Einer noch? Ja. Ah, ich hab keine Muni mehr. Scheiße. Gar nichts. Nein. Ah, wie diese Waffe, meinen sie, ist es. Vielleicht ist sie es auch. Ne, ist sie nicht. Nice. Ganz kritisch. Gar keine Muni. Ja, bei mir ist es auch ziemlich knapp. Sieht gerade alles sehr, sehr kritisch aus. Was Ammo und Heal und alles angeht. Ah, wobei, der hat ein bisschen was. Aber hier sind noch irgendwie viel, ich würd sagen, ja, drei, vier Squads werden hier noch sein. Mindestens. Mhm. Ja. Weil irgendwie hör ich keinen mehr und seh auch keinen mehr, lol. Eben haben sie, glaub ich, noch geschossen, hier auf der anderen Seite, glaub ich. Ja, unten irgendwo, ja, hier unten. Okay. Ja. Oh, ja, 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 ja. Die Feiten sogar. Die Feiten? Dich? Oh, nee, das, äh, wild. Da kommt noch ein drittes Squad rein jetzt. Oh nein. Das ist nicht gut. Zieh dich zurück, zieh dich zurück. Ich bin hier komplett neu. Ich bin hier komplett neu. Ich bin hier komplett neu. Wait. Ich muss kurz betten. Nice. Die sind abgehauen. Wer sind sie nicht? Die stehen hier. Oh mein Gott. Octane cracked. Ich komm von der anderen Seite. Ich glaub, von hinten kommt auch noch was. Wir sind hier grad ein bisschen im Sandwich, glaub ich. Ne, die Feiten jetzt, glaub ich. Es ist so verwirrend. Was ist denn hier los? Okay, der ist down. Achtung. Blatthand one-shot. Ja. Sehr gut. Nice. Okay, sehr gut. Wir haben es irgendwie überlebt. Ich hätte zwar nicht gedacht, dass wir es überleben, aber wir haben es überlebt. Warum nicht? Immer schön Action hier. Ja gut, bei der First Drop Spot, da kann man das schon irgendwo erwarten. Ich überlege, soll ich bei der Prawler bleiben? Schwierig. Ich mein, zwei Burst Waffen ist halt schon so eine Sache. Ne, ich weckse auf K. Fühl mich sicher. Aber irgendwie hab ich das Gefühl, dass irgendwas noch hier in der Nähe ist. Oh, hier unten? Das Zipral, was? Ich hab's gehört. Ja, 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 ich hab's auch gehört. Ich hab's gehört. Warte, wir... Hey, irgendwas... Ja, hör, die sind da. Ich bin gleich da. Wait. Okay, die gehen auf jeden Fall in Terraform hoch. Wir folgen denen einfach ganz so auffällig. Dahinter? Ah, okay. Da kommt noch einer hier bei mir. Ja, das ist noch bei dir. Cracked. Oder wir jagen einfach beide. Wir auch machen. Zippen daher? Ja, ich komm auch mit. Die sind eh splittet jetzt. Kann nicht viel machen. Ja, das war's. Das sind ja. Sehr stark. Geil. Das ist halt immer praktisch, wenn du so ein paar Feinde dabei hast. Ja, das ist immer nice. Von denen kann keiner wegrennen. Das ist schon sehr nice, ja. Ja. Haben wir schon gedacht, da war vorhin ein Lifeline-Package. Äh, Care-Package. Und ich dachte erst, das wäre ein Carry. Aber es war ein Lifeline. Und deswegen hatte ich die irgendwie nicht ganz auf dem Schirm. Aber die Frage ist, wo ist sein Mate? Das war ja ein paar Feinde, logischerweise. Links. Ja. Auf jeden Fall noch links weggegangen. Mhm. Der müsste eigentlich auch irgendwo von hier kommen oder so. Ja, denke ich schon. Ich glaube, der hat das Care-Package gerade dahinten geöffnet irgendwo. Weil das wurde mir vorhin noch zum And, äh, zum, ah, noch vorbei, nee. Ja, Moment. Wir haben eine Sip. Jo. Oh, der paarfeiner Buff ist so krass, ne? Ja. Der ist richtig übel. Ah. Da hinten fightet jetzt was. Wo die Lifeline gehört haben. Vor allem halt auch das mit dem Care-Package-Scannen, ne? Du machst eine Sip ins Care-Package, nächstes Sip. Ja, total. Das ist echt geil. Das ist sehr nice, ja. Aber ist es so beabsichtigt gewesen? Oder ist es Zufall? Ja, wobei doch, natürlich ist es beabsichtigt, weil ich meine, du kannst ja keine Dinger mehr scannen. Stimmt. Ja, genau. Okay, dann ist es tatsächlich ziemlich strong. Ja. Macht auch echt mal wieder richtig Laune zu zocken. Oh, yes. Ja, aber ich bin sofort da. Ja. Komm mit der Sip Rail angedüst. Oh, das ist ein nice Team. Hi Leute, auch fans hier. Ja. Wir haben alle schon Perp-Shield, Alter. Was denn da los? Wir aufbelehen. Ja. True. Hat Horizon ihre Aim-Accuracy im Lift wieder zurückbekommen? Irgendwie gefühlt habe ich sie wieder. Ja. Ich bin, glaube ich, am Arsch. Ich bin da. Ist dir das gut gecrackt? Ja, ich habe ein bisschen Probleme mit dem Octane. Ach du Scheiße, Digga. Ich bin am Arsch. Octane ist down. Ist dir bei mir? Ich bin am Arsch. Ich auch. Ich glaube, der Ante ist für mich. Der hat mich gecancelt. Der Affe. Kommt hoch? Ja. Ach du, Heiler. 50 auf Körbe. Neues Quart. Ah, ist das bitter. Verdammt, 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 verdammt. Weil der muss laufen. Ich reiß hier einfach. Jetzt reiß ich nicht mehr. Heißer. Das ist jetzt natürlich bitter. Das ist richtig ungünstig. Ja, ist klar, Digga, Alter, Junge. Was zur Hölle? Hier waren vier Teams jetzt auf einmal. Wo kommen die denn wieder alle her? Ey, krank. Geisteskrank. Aber geil. Ey. Da siehst du gleich den Unterschied zwischen Konsolen-Spielern und PC-Spielern. Der war Level 280. Der hat mich so weggelasert. Konsolen-Spieler mit dem Level, der hätte nix gemacht. Ja. Ja, ist schon so ein Punkt. Diese, naja, das heißt Ungleichheit. Ich meine, es ist halt einfach für die jeweilige Plattform angepasst. Aber sobald du es halt mixt, ist halt schon stressig, ja. Ja. Ja, Elstar Rampage. Muss reichen, ne? Ja, ich hab Rampage. Muss reichen. Oh, oh, oh. Geht nach oben. Ja, hat sich, hat sich, hat sich versteckt. Oh. Oh, die Nade ist auf jeden Fall auf der näheren Seite. Ich hab noch ein paar. So ist es nicht. Auf dem Aspekt. Nice. Du kannst durchrennen, ich nicht. Jetzt schon. Ey, schräg, Slow. Okay, okay, okay. Up and down. Let's go. Oh, das war noch ein starker Kisser. Oh, das ist Team. Oh, nein. Ich bin tot. Ich bin so safe tot. Ne. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Oh, mein Gott. Wie lebe ich noch? Das ist so one-shot. Down. Oh, der Mate. One, 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 one. Absolut one. Oh, keine Mut mehr. Oh, nice. Holy crap. Alter, was ist denn das hier schon wieder? Komplett gestört. Aber hey. Wann ist Apex-D.E. normal? Oh, nur Spritzen. Werf ich. Da lag irgendwo ein Medikit ja hier. Kannst du dir auch drücken, sonst. Könnte ich, ja. Sollte ich vielleicht auch. Oh, hier, schauen wir jetzt noch. Sie sind noch viel, viel mehr Party. Ja. Okay. Die Fight gerade hier vorne. Könnte ich vorbeischauen? Ja, machen wir auch. Einfach rein. Ah, guck mal. Ah, mein Arsch. Man kennt ihn. Ach so, ja, auf jeden Fall. Komm runter, Peter. Ja, von da auch noch. Ja, ja, Achtung, ich push nicht. Ich bin da. Der Puff war fast crack. Wenn man sich und kriegt bestimmt. Na, safe. Ja, Achtung, Achtung, Achtung. Oh, der Puff. Oh, kann der gleich helfen? Boah. Sehr stark. Hab ich. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Aber ich glaube, hier ist noch ein Team. Irgendwo von da. Ja. Puh, Alter, was ist das hier? Ich hab schon wieder einen HP. Das kannst du dir nicht ausdenken. Blase. Ich bring mal die Fleddy mit. Keine leichte mehr. Ach, guck mal hier. Oh, mein Gott. Ich hab den Fuse gerade so jetzt ausgeteilt, ne? Der ist... Oh, ich hab keine Shields mehr. Ach, egal. Wer braucht schon Schilde? Ich mach mir eine Sim. Jo, an dir. Ich kann mir direkt eine neue holen dahinter. Ich komm von hier. Du gehst rechts oben rein. Du gehst oben rein. Okay, da wollte ich auch reingehen. Ich war ein bisschen... Er ist unter mir? Ja. Oh, Mirage, Alter. Du triggerst doch so rein. Unnötig. Hä? Wo sind sie? Ich weiß nicht, wo sie sind. Oh, anderes Haus. Ich hab kein... Verdammt, ich hab kein Schild mehr. Ja, komm her, ich hab... Brauchst du noch Zehen, oder was? Ich hab gar nichts mehr. Ich zieh mir gerade noch ein Phoenix. Oh nein, zwei sind runtergeflogen. Alles gut. Oh, die ringen mich auf. Lass mal die pushen, ey. Also lass mal die langsam holen, weil die Nerven ultra krass. Warte mal noch ein bisschen Energie, aber okay. Ja, ich bin ready. Wir sind bei dir im Haus, oder? Okay. Ich hab wieder gehört. Ob dahinter müssen wir wollen abhauen? Hey. Ah, hier. Hier kriegst einer rum. Ja, eine down. Ja. Sehr stark. Nice one. Hier ist noch ein Krypto in der Nähe. Okay. Der wird uns vielleicht jetzt gleich ulten. Könnte sein. Ich hab auf jeden Fall gerade eine Krypto-Drone gehört. Irgendwo aus der Mitte, glaube ich. Okay, nice. Oh, ja, ein größerer Backpack, endlich. Ich hätte schwören können, da war noch ein Krypto. Ja. Ah, da vorne, jo. Ich geh auf die Mauer hoch. Warte, ich halte dir sofort. Trotz, ich erinnere. Ich komm von der anderen Seite. Trotz, mir kurz. Trotz, mich, glaube ich. Er trifft einfach jeden Schuss, aber ja. Let's go slow. One. Wo ist die? Ach, das ist die Wrave. Oh, die ist nicht slow. Oh, nein. Nee. Nee. Wieder crack, die Wrave. Warte, 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 warte. Nee, nee, nee. Die Wrave war nicht slow. Weiß nicht, wie die Watson denn ist? Keine Ahnung, wo die ist. Lass mal die Wrave zusammen pushen. Scheiß mal auf die Watson. Ja. Ach Gott. Überall zwei hin. Oh, mein Gott. Da hinter ist doch. Ja, ja. Down. Der Schlag. Sehr gut. Hast du noch mal ein paar Sales für mich? Die hat gar nichts. Ja, gar nichts. Die Watson kommt, glaube ich, von hier. Okay. Ja, tut sie. Um die Ecke, genau hier. Direkt um die Ecke. Let's go. Oh, Mann, Alter. Was ist denn das? Geil. So, jetzt sollten wir vielleicht noch in die Zone und dann haben wir ja ganz schön aufgeräumt, würde ich sagen. Ja. Das war nice. Ja, die sind irgendwo hier. Hm. Ich glaube, ich komme von der anderen Seite. Wir haben einen Zangenangriff. Ja. Ja. Ja, die Fahrt haben wir gerade ein anderes Thema, aber ist noch keiner genockt. Ja. Oh, schisch. Pass auf. Oh, one shot. Einer. Ja, alles gut. Ich bin aufs Range. Flat hunt war ziemlich low. Das andere Team ist da hinten. Da oben auf dem Dach. Aber einen down. Ich werde sterben. Ja. Ich bin down. Ja. Ja. Der Prawler hat einfach alle Schüsse getroffen. Ach, von anderes Team. Du musst weg. Anderer Team. Vielleicht komme ich weg. Vielleicht fightet der jetzt das andere Team. Ich hoffe es mal. Ja. Machen sie. Brauche ein bisschen Ablenkung. Ich komme vielleicht weg. Ja. Ich könnte es schaffen. Warten, warten, warten. Ja, ich komme auf jeden Fall davon. Wer ist denn hier hinter? Nein, der habe ich gesehen. Nein. Ja, jetzt haben sie den Fokus auf mir. Ja, komm. Puschen dich. Ja, scheiße. Boah, sie sind crazy. Richtig sweaty rave die andere. Mhm. Ich merke schock. Schade. Ja, kann es jetzt machen. Keine Chance. Ich habe mir schon gedacht, als ich den Platon gekillt habe, so, ich wurde von hinten im Rücken geschossen nach mir. Oh, der hat mich bekommen. Egal. Ey, die sind mal ein anderes Cross. Alter. Aber alles entspannend. Die Falten gerade. Ich glaube, ich sneak mir echt aufs Dach hoch und... Ich muss kurz zielen. Ja. Bin ein bisschen low. Außer, jetzt habe ich noch eine Bang, Leute, die kommt von hier. Achtung, hinter dir, glaube ich. Ah, da hast du die? Okay. Nice. Aber hier ist noch was. Nur die Bang jetzt. Also, das war safe noch nicht. Aber gerade höre ich tatsächlich nichts. Okay. Nö. So nicht. Oh, willst du die nicht? Nö. Nicht so, ne. Fühlst du die nicht so? Hier ist sogar ein lila Energy Mac. Okay, dann muss ich sie nehmen. Ja. Manchmal spiele ich sie, aber... Ich finde sie auch so geil. Gefühlt aktuell die Mix-Affel. Keine Chance, ich lieber. Ja, okay. Das kann ich verstehen. Brauchst du eine Flattie? Oh, bei Flatline wird es schon schwierig, die Entscheidung zwischen Nemesis und Flatline zu fällen. Aber da kann ich die Recaller nicht so gut. Da! Hat sich einer noch versteckt. Ja, ja. Der will hier snipe, Alter. Was fällt ihm denn ein? Was ist los mit dem? Hey, man hat wieder Accuracy in Horizons Lift. Ich weiß nicht, ob das irgendwie ein Fehler ist, oder? Aber auf jeden Fall... Oh, no. Das ist One-Shot. Jo, warte. Okay, gut. Nee, das ist tatsächlich fix. Äh, fix sage ich. Nerf. Ja, aber man hat wieder. Also, ich weiß, dass zum Anfang der Season hat es ja geheißen, jo. Du hast keine Accuracy mehr. Dann habe ich ein paar Horizon-Runden gespielt. Da hast du wirklich gefühlt im Lift nichts mehr getroffen. Jetzt mittlerweile trifle ich quasi wieder alles im Lift. Also, ich weiß nicht, ob das irgendwie wieder zurückgepatcht wird. So, das meinst du? Ja, ja. Ach so. Weil irgendwie ist die wieder da. Also, ich habe quasi... Wenn mein Fadenkreuz drauf ist, dann habe ich ziemlich sicher den Shot auch drauf. Keine Ahnung. Vielleicht haben die irgendwas falsch gepatcht. Ja, das kann man sich gut vorstellen. Ich habe einfach wieder den Nerf zurückgepufft. Äh, zurückgepufft. Das war schon irgendwie witzig. Wie fühlt ihr noch? Oh no. Ich bin gleich da. Ja. Das geht über mir. Pass auf. Ja, alles easy. Ich kann try, in die meiner Old zu trappen. Oh ja. Ja. So nicht. Warte. Die Brave wird rausqueen und die andere gleich mal den Lifeline, kann das sein? Ich glaube, ja. Ich glaube, ja, ja. Muss. Per Paket, go ahead, go ahead, go ahead. Ja, trappte meine Old. Den V-Operates drin. Der ist down. Die Brave ist irgendwo weggequeet. Keine Ahnung, wo die ihn ist. Unter uns, unter uns, unter uns. Alle hier. Nee. Ja. Wait. Wait. Geht du rechts? Rechts? Ja, genau, bei dir. Ja, genau, bei dir halt, ja. Ah. Ganz gut. Nice. Alles nachladen. Nice, nice. Nice. Oh ja, die bräuchte ich. Würde ich gerne nehmen. Ein zumindest, ja. Danke. Ja, ich habe noch drei Stück. Ja, okay, perfekt. Das ist genauso passiert, wie gesagt, die Brave Q draus. Die Leitung hat alles abbekommen. Oh man, geil. Wo ist die denn gestorben? Hier irgendwo, oder? Hier liegt sie. Da hat sie sich in seinem Care-Paket versteckt. Nee, die brauche ich jetzt tatsächlich nicht. Nicht, ich habe fünf Stück tatsächlich. Achso. Ich habe vier. Gegen Phoenix-Kip tauschen? Ja. Ja, vielleicht, weiß nicht. Ja, okay. Kann man aber mitnehmen, wenn er... Ja, wenn wir beide fünf passen. Ja, ist gut. Ja, lassen wir die Zip Rail in Richtung... Ja, ready. So nehmen, oder? Ja. Bisschen rumcruisen hier. Vielleicht... Vielleicht... Ich finde die Map eigentlich actually... ...extrem geil. Ich will nicht sagen, die Lieblingsmap von Olympus ist die Beste, aber... Ich verliebe es jetzt halt schon irgendwie. Ist halt schon ziemlich groß, ne? Ja, weil es kein Vergleich zu Stormpun, weil auf Stormpun kommst du wirklich keinen Zentimeter vor. Ich meine, das ist halt noch angenehm gefühlt. Ich glaube, um bei Terraformer. Ja. Und vor allem würde ich das... Den Backpack würde ich gerne nehmen. Hätte jetzt auch nicht das größte Problem mit. Gut. Wenn wir. Werd ich machen. Oh, da sind welche, da sind welche, ja. Ach, du Scheiße, da oben. Wurzliche Flow, einer. Okay, die Accuracy ist doch noch da. Oh, Lolo, Lolo. Nice, nice, nice. Alles entspannt. Kriegst du den? Vielleicht? Absolut. Ja, easy, komm. Jawoll. Let's go. Boah, ich die Bettgabe nicht ziehen müssen. Egal. Stark, stark, stark brauchst du Bats. Ich hab, äh, acht. Ich hab, äh, sechs. Das passt. Okay. Kann ein bisschen mehr mitnehmen, dann passt es. Not, weil du kriegst später wieder welche. Ja. Irgendwie ein bisschen wenig Leid. Ja, wobei, geht doch. Langt. Ja, hier. Ja, perfekt. Ja, perfekt. Perfekt, Maggie. Leider. Da war nur blau, die Maggie. Sorry, Achtung. Alles gut. Oh, ne, die Ult war nicht gut. Ah. Ich dachte, der rennt direkt rein. Da links ist er. Ich weiß. Ach, hier. Ruft sich auf den. Ach, du. Einer lockt. Nice. Oh, ich bin... Oh, mein Gott. Die Ulti. Ich bin absolut One-Shot. Oh, nein. Wo ist der? Wo ist der? Wo ist der? Ich weiß es nicht. Ich wurde von ganz woanders gesnipet. Oh, nein. Der hat mich gerade wirklich über 400 Meter gesnipet, glaube ich. Oh, bitte snipe mich jetzt nicht. Das war ein Sentinel. Also eigentlich... Ich fass es nicht. Geh mal kurz zurück. Hä, warum haben die gefeiert jetzt? Fass es nicht. Oh, sheesh. Komme. Okay, die Accuracy wurde angepasst. Das gibt es nicht. Ich bin quasi tot. Ja. Oh, nein. Der GB hat so krass hier, aber der hat halt Red Shield. Und der hat einfach alles... Junge, was zur Hölle? Alter, Junge. Ach so neues Team. Oh, nee, oder? Doch, doch. Aber du kannst vielleicht ressen. Nee, schaffst du nicht. Das sind wirklich über dir. Noch ein Team, noch ein Team. Vielleicht gehen die auf das. Halt ich erst mal. Hättest du hierher kommen? Ja, kann ich. Ja, scheiße. Warte, 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 das Kind gehen. Ach, der Octane push. Yes, nice. Halt ich, mach's hier durch. Alles gut. Arrest ist der Ball. Ja, das gibt's doch nicht. Sehr gut, sehr gut, sehr gut. Okay, Lifeline ist bei mir. Mit der Algen Baller vom anderen Squad. Ach doch, hinter dir. Verwundet. Kriegst du, kriegst du. Oh, du bist... Nein, nein. Nein. Schicksal. Oh, mein Gott, nach der Hölle. Was geht ab hier? Oh, nein. Habt ihr den Push nicht von allen? Die Push nicht von allen? Die Push nicht von allen hat einer. Oh, nein. Die kommen hier aus dem Haus raus gleich. Aber die könnte es ansehen, die sind zwei Teams. Nach wie vor. Oh, nein. Die finishen dich, oder? Ja, gut. Danke, ich versuche dich zu respawnen. Ja, ja, alles cool. Wir haben den erst mal lebt, Pfade. Keine Ahnung. Was? Wie hast du das überlebt, ist die Frage? Ach, dieser Flatline-Skin, ey, der ist so geil. Ja, Kunt, wieso ich die Waffe so feiere? Ach, yo. Ja, gut, den Skin habe ich nicht, sonst würde ich die Flatline auch öfter spielen. Das ist actually der einzige Grund. Oh, shit. Die wollen doch nicht wissen. Wenn die jetzt dann noch länger bleiben. Geht schon. Hin rennen, weg-grappeln, go. Die fighten, glaube ich, das ist alles Team. Geht so viel im Glück gleich. Die fighten das andere Team, ja. Go. Ja, klar, mach. Nice. Ja, egal. Wobei ist halt echt gleich da. Ja. Vielleicht war das jetzt nicht so schlau mit der SIP. Egal. Können sie auch benutzen. Ja, theoretisch, aber mein Gott. Die sind gerade abgelenkt, die fighten gerade. Die haben gerade Besseres zu tun. Wobei, die sind gerade vielleicht durch. Oh, eine Box direkt. Sehr nice. Vielleicht ist das hier was Gutes zu tun. Das wäre auf jeden Fall ein Traum. Das wäre ein Träumchen, ja. Ich sage, die pushen. Ja, Iva G7. Nee, die sind noch am Looten, glaube ich. Aber ich kann sie gerade nicht erkennen. Auf jeden Fall ist keiner auf der SIP. Alles entspannt. Iva G7 da drin. Oder ich gehe direkt auf die SIP und gehe zu meiner Kiste. Das kannst du auch machen, ja. Könnte ich nämlich. Ich komme direkt mit. Mach ich auch. Ah, kommst du nicht hoch? Ja, ich habe gedacht, ich komme aus dem Flug direkt hin, aber habe ich tatsächlich nicht geschafft. Aber dann ist die SIP der Exit. Die sind im Haus, die sind im Haus. Die kommen gleich raus. Ja, ich nehme ab. Sehr gut. Okay, ich habe wieder alles back. Nice. Die sind halt im Haus. Da unten sitzt einer. Ja, ich war. Oh, lol, was? Das ist One-Shot. Bangalore. Wo sind die? Draußen. Ah. Hör, was, was, was? Ah. Ich bin tot. Nein. Aber da ist noch jemand. Ja. Nein. Doch. Hier war die Q. Oh, sorry. Ah. Alter, was ist denn hier los? Nein. Die Amale ist so ein fändes Problem irgendwie. Alle komplett gestört. Die übertreiben komplett mit Ulti und so. Übertreiben wirklich komplett. Kannst du hier runterkommen? Ja, ich. Da sind sie beide hier bei mir. Faschseite, faschseite, faschseite. Beide hier. Ja, vergiss es, Alter. Die spinnen komplett. Ich habe ein neues Schild. Ja. Ich nicht. Ah, es ist echt bitter jetzt. Ne. Keine Chance. Ah, schade, ey. Keine Chance. Wäre ich da nicht so kacke down gegangen. Wirklich. Ich hasse die Peacekeeper. Kannst du das machen? Ich hasse sie so sehr. Ich habe so krass veraimt gerade mit der Peacekeeper gegen die Bangalore. Das war so unnötig da zu sterben. Ach, vor allem das war der dritte, letzte Squad. Naja, egal. Wow, okay. Haben wir schon ganz gut gerockt. Ja, war eigentlich echt ganz cool. Ja, hat gepasst. Ja. Leute, wenn ihr es auch so seht, dann lasst unbedingt eine positive Bewertung da. Würde mich extrem freuen. Und dann würde ich sagen, sehen wir uns im nächsten Video. Macht's gut. Bis dann. Und ciao. Bis zum nächsten Mal.